Text, Falk, was sagst du zum Text? Es bezeichnet im nicht-wissenschaftlichen Sprachgebrauch eine abgrenzte, zusammenhängende, meist schriftliche Sprachäußerung. Das fiel dir jetzt erstaunlich schwer. Achso, ich wollte noch was ganz Wichtiges sagen. Was denn? Tache sagt. Ach, komm. Text, Falk, Text ist eine schöne Sache. Ja, das Speichermedium der Vorzeit und wir spielen Text-Adventures. Achso, warte, dann schreibe ich das schnell. Äh, Tach. Genau, sehr schön. Vielen Dank für diese historische Einordnung. In 2000 Jahren wird deine Schrift jemand lesen können. Ich habe auch in, äh, ich habe auch in Slang geschrieben. Tach, ihr sagt. Oh nee, da denken die dann, das ist eine ganz andere Sprache. Naja, auf jeden Fall spielen wir Text-Adventures. Denn Text ist eine schöne Sache und wir geben Text ein und wir kriegen Text raus. Der Computer gibt uns zurück. Es ist ein Geben und ein Nehmen. Und, ähm, im optimalen Fall, äh, kriegen wir im Kontext alles, alle Eingaben und alle Ausgaben eine Geschichte erzählt. Hast du wieder Kaffee getrunken, heimlich, Simon? Hm. Heimlich, ja. Und, ähm, das letzte Mal haben wir es ja schon mal versucht und sind gescheitert, denn die Polizei hat uns überrumpelt. Obwohl, es war halt eine Art von Ende, ne? Es war eine Art von Ende, aber ein Drama, würde ich sagen. Na ja, gut, gehört halt auch dazu, ne? Ja, Drama. Heute wollen wir versuchen, aus diesem Drama eine Komöde zu machen. Oder zumindest ein Happy End. Ja, eine Geschichte mit Happy End. Und wir haben einen Plan. Echt? So. Da bin ich jetzt aber gespannt. Also. Klär mich. Er hat was mit dem Klo zu tun. Wir wollen das Polizeiklo untersuchen. Denn, der geneigte Hörer mag sich erinnern, äh, wir konnten zwar zur Polizei rein. Wir dürfen uns da nur nicht als Bennet ausgeben. Denn dann hauen die uns auf die Mütze. Aber besagtes Klo wird untersucht und, äh, erwähnt. Und da wollen wir ja natürlich mal reinschnüffeln, ne? Wäre zumindest spontan gesagt unser, na wohl, ne, einer von unseren beiden, äh, Anhaltspunkten, ne? Der zweite war, glaube ich, wir wollten versuchen, was wollten wir nicht versuchen? Ah, ins Büro zu kommen, ne? Genau. Das wäre der zweite. Zurück in unser Büro. In unser Büro. Also, das von Fleetwood Mac. Ne, wie heißt er? Field. Mr. Nightfield. Also, wir sind hier an Mr. Nightfield. Genau. Und wir wollen in unser Büro. Und gucken, ob dort die Sekretärin haust. Und ob die Elisabeth heißt. Denn auf Elisabeth Perkins, glaube ich, ist ein Flugticket ausgestellt, das wir gefunden haben in einem Briefkasten. Und das ist ja schon ein bisschen merkwürdig. Also, auf uns beide, ne? Also, auf sie und auf Nightfield. Ja, richtig. Und das war aber nicht, wichtige Information, das lag nicht in unserem Briefkasten. Wir haben das in dem Briefkasten von Paul Bennett gefunden. Und was macht das da drin? Also, entweder hat der Briefträger sich mal richtig in der Straße geirrt. Oder da läuft irgendwie was Komisches. Außerdem wollen wir diese Flugtickets untersuchen. Echt? Ja. Naja, einfach nochmal gucken, woher die kommen. Was ist mit denen? Klar, müssen wir irgendwie Informationen finden. Achso, ja. Was willst du jetzt noch? Ne, ich wollte nur sagen, hier jetzt, wie man in Hamburg sagt, nicht lang schnacken, Text tippen. Ja, aber erstmal noch die letzte Information. Achso. In der, ne, das war keine Hilfe, in so einem Prolog oder so wurde erwähnt, dass es noch einen Raum gibt, in dem es mehr Informationen gibt über alle Personen. Irgendwo gibt es also diesen besagten Raum. Und da müssen wir mal gucken, ob wir da irgendwie reinkommen oder ob wir den finden. Ob das zum Beispiel irgendwie in dem Polizeiklo ist, weil dort alle Leute der Stadt aushängen in Fotos, weiß ich nicht. Oder ob man durch dieses Klo auch noch mal eine Wand einhacken kann, um in einen Nebenraum zu kommen, wo dort dann eben die Fotos aufgehangen sind von allen Leuten in der Stadt. Aber man weiß es nicht. Hm. Okay. Ich hätte ja gedacht, dass es eher so ein Raum im spielerischen Sinne ist. Also jetzt nicht für die Geschichte, sondern wie so ein Chatraum. Achso. Vielleicht ist es auch eine Telefonzelle und da hängt einfach ein Telefonbuch. Hm. Ja, das machen wir jetzt auch nicht. Aber ist egal. Wir können ja mal ins Klo gehen. Wir können einfach mal in die Buchstabenkiste langen und ein paar gegen den Monitor werfen und Befehle eingeben. Eine Frage habe ich noch. Ja. Wollen wir jetzt anfangen? Ja. Okay. Also wir haben ja letzte Woche ordentlich ins... Ja, Vorbereitung ist wichtig. ...düstere Klo gefasst, also gegriffen, nicht wahr? Und mussten deshalb noch ein bisschen jetzt spielen, bis wir wieder an der Stelle sind. Weil wir hatten vor dem Polizeirevier nicht nochmal gespeichert. Das haben wir jetzt nachgeholt und sind jetzt an der Stelle, an der wir das Taxi rufen. Also wir haben die Küche gefunden, diesen versteckten Raum, das haben wir nochmal nachgeholt. Und wir haben den Brief, genau. Die Reservierungsbestätigung für das Ticket. Und die Leichen untersucht. Ah ja, genau. In der Küche alles untersucht, genau. Und die Reservierungsbestätigung für den Flug, also für das Flugticket, auch noch geholt. Und jetzt müssen wir bloß noch das Taxi rufen. Also, ruf Taxi. Taxi, genau. So, Taxi ist es da. Und wir gehen mal aus diesem Gemeinschaftsraum hier raus. Das ist ja völlig vollgestellt mit Kinderwegen und Fahrrädern und so. Da müssen wir uns das mal rausarbeiten. Westlich, genau. Und dann können wir hier im Floor einfach mal zum Eingang gehen. Wo ist der? Ich glaube, du kannst einfach raus tippen. Ach so, raus hier. So. Morris Avenue. Da stehen wir jetzt. Es ist kalt. Es schneit. Es ist windig. Ja. Und das Taxi wartet hier. Sehr schön. Sehr schön. Okay, dann, also steig in Taxi, glaube ich, ne? Ja, der Witz ist, das geht immer nicht. Also, wenn man einsteigen will, dann hält einen der Fahrer immer auf und sagt, nö, 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 nö. Erst sagen sie, wohin sie wollen und dann steigen sie ein. Das ist halt noch die gute alte Schule. Heute macht man das ja alles mit App und so. Genau. Ja, stimmt. Stimmt. Früher gab es ja noch richtige Kommunikation. Ja, heute bricht es ja eine App. Guck, da steckt dir schon den Kopf aus dem Auto. Das gibt es heute auch nicht mehr. Die haben gar keine Köpfe mehr. Das ist alles, das ist alles, komm. Steckst du ein Handy auf. Dann musst du nur deinen Fingerabdruck und dann wissen die ja, wo du hin willst und wann du zurückfährst und was du dort trinken wirst und so. Naja, gut. So, wohin fahren wir jetzt? Wollen wir zuerst zum Polizeirevier und mal das Klo untersuchen? Äh, nein. Ich würde ja vorschlagen, ich hatte ja gerade nochmal, ähm, also bevor wir aufgenommen haben, geguckt, weil ich habe das Spiel neu angefangen und geguckt, wie diese Adresse hieß, in der wir vorher als Night, Night, Dings gespielt haben. Ne, da sind wir ja immer noch. Ja, ja, okay. Ja, okay, stimmt schon. Nur weil unser Ausweis was anderes sagt. Ja, du bist, was dein Ausweis sagt. Gibt's doch so ein altes Sprichwort. Also, äh, überfällig. Ähm, und zwar heißt die Adresse Madison Square, daran hatte ich mich nicht erinnert, das habe ich extra nochmal nachgeschaut, indem ich das Spiel nochmal neu angefangen habe. Das, weil es wahrscheinlich nicht funktioniert, würde ich das mal ausprobieren als erstes. Machen wir. Äh, achso, man muss immer eingehen, Sarg und dann Madison Square, ne? Genau. Äh, hier, guck mal. Ja? Äh, hören Sie, Mister, Sie müssen etwas präziser sein. Geben Sie mir einen Straßennamen oder ein markantes Gebäude, dann fahren Sie umgehend dorthin. Komisch, bei mir hat er Madison Square, äh, geschluckt. Ah, okay, dann habe ich es wahrscheinlich falsch geschrieben. Mit einem S oder mit zwei? Na, mit einem natürlich. Ah, okay. Ja, schön. In Ordnung, Mister. Ich fahre Sie zum Madison Square. Steigen Sie bitte ein. Möp, möp. Jetzt habe ich ja fast das Gefühl, dass Madison Square doch die richtige Antwort war. Oder die richtige Möglichkeit. Naja, egal. Na dann. Also, steig ein. Ach, guck mal hier. Ich gucke überhaupt nicht. Da ist doch, hier, guck mal, da ist ein ganz großer Monat. Das hat man wahrscheinlich auch erwähnen können und dann wüsst du schon, wohin es geht. Also, wir steigen ins Taxi. Ist übrigens ein Podcast, Simon, du müsstest das jetzt vorlesen. Ne, ich habe nur den Text überflogen, ja. Ja, genau. Das müssen wir ja vorlesen. Und zwar, der erste Text, den haben wir nämlich schon gelesen. Wir hauen ein bisschen Kleingeld in die Pranke des Taxifahrers und steigen aus dem Auto. Und ein großer Platz mit steinernen Monument ist der Ort, wo ich in der Regel meine Mittagspause im Schatten der Bäume verbringe. Ja, viele der ansässigen Geschäfte interessieren mich wenig, doch etwas versteckt. Gibt es durchaus Highlights, wie den Hutmacher im Nordosten. Oh, hier, Hutmacher. Oder den Tappenlagen im Nordwesten. Mein Favorit ist das Gaslight im Norden. Oder Gaslight wahrscheinlich. Im Süden liegt die Lobby des Flatiron-Gebäudes. Und da arbeiten wir, ne? Genau, aber ich finde es cool, dass der erste Satz anders ist. Wo ich in der Regel meine Mittagspause im Schatten der Bäume verbringe. Obwohl, vielleicht war der Text auch vorher schon so. Vermutlich schon. Passt auch auf. Okay, aber ich weiß nicht, ob das bei dir da steht. Bei mir steht jetzt noch da, ein Abfalleimer steht einsam und verlassen da inmitten des roten Laubes, das den gesamten Platz bedeckt. Das scheint mir ein bisschen zu offensichtlich, dass es so ein Hinz ist. Ich gucke da jetzt rein. Aber mit dem haben wir doch schon gespielt. Möglich, ich schaue jetzt nochmal rein. Schau in Abfalleimer. Okay, der ist leer. Da ist nix. Wir haben doch da in der ersten Folge schon mit dem geschmust. Weil er uns auch da schon so aufgefallen ist. Ja, ich kann mich aber nicht sehr ändern, was älter als fünf. Er steht so einsam und verlassen da, deswegen. Ach so. Da wollten wir ihm etwas Gesellschaft leisten. Aber er wollte nicht. Er ist ein kühler, eingebildeter Abfalleimer, der keine Nähe braucht. Und dann haben wir einfach gesagt, ja gut, dann nicht. Damit hat er das nochmal bewiesen und damit hat er sich endgültig ins Soziale ausgespielt. Ich würde sagen, ich gehe nach Süden, in die Lobby des Flatiron-Gebundes. Ach so, ja, wir wollen hoch. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass es diesen Hutmacher und den Tabakladen gibt. Das habe ich nämlich schon gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Ja, wollen wir da gleich hin oder wie oder was? Nö, nö, nö. Wir können schon mal einfach mal ins... Gut, dann gehen wir nach Süden. Der Empfangsbereich, ein Ei aus Glas, mitten in der Halle, ist nun besetzt. Was ich an der untersetzten Kontur hinter den Glasscheiben erkennen kann. Die große Schautafel daneben gibt Besuchern Informationen über das Haus. Die Halle ist passend im Art-Decou-Stil ausgestattet. Pompöse, runde Säulen staffeln sich entlang verspiegelter Wänder. Im Norden liegt das zentrale Treppenhaus mit dem Ausgang und im Westen der Aufzug zu den Arbeitsetagen. Oh, und jetzt können wir uns mal im Spiegel angucken. Denn wir haben ja bisher nur auf den Ausweis geguckt und so. Aber wir haben uns noch nicht gesehen. Vielleicht hat uns auch jemand gesichtsoperiert. Schau dich an. Okay, er sagt das, was er auch damals schon gesagt hatte, als wir das erste Mal im Spiegel geguckt haben. Ich blicke prüfend in den Spiegel. Ich mache einen guten Eindruck, wie immer. Das heißt, wir sehen wirklich noch aus wie damals. Und das bedeutet ja auch, dass wir jetzt eigentlich hier durchgehen müssen. Denn dieser komische Heini in diesem Ei aus Glas dürfte uns ja nicht aufhalten. Da wäre er noch genauso aussehen wie vorher. Wir haben auch noch laut Inventar den braunen, anständigen Anzug an. Nicht wahr nicht. Okay, aber ich würde manchmal, können wir den irgendwie ansprechen? Nee, er wird nicht so direkt genannt als Person. Untersetzte Kontur. Man spricht mit Mann. Untersetzte Kontur. Ich untersuche mal das Ei. Könnte auch eine Frau sein. Um der Lobby eine besondere Note zu verleihen, hat man den Empfangsbereich als geläsernes Ei mitten in die Halle gestellt. Okay, pass auf. Sprich mit Ei. Ich würde sagen, die bringen dich gleich wieder zur Polizeiware. Das macht nur mit Lebewesen Sinn. Na gut. Ich kann mal mit der Kontur sprechen, aber ich glaube, das macht auch keinen Sinn. Okay, also lass uns das alles ignorieren. Das ist alles nur Tobo-Bahobo oder wie man so sagt. Wir könnten erst mal in die, ja, ich lache gleich, aber erst mal noch, wir könnten in die Tiefgarage gehen. Weißt du, damals, wo die Geschichte ja angefangen hat, wo uns der eine oder die eine, vielleicht ist da jetzt irgendwas zum Entdecken dort. Komm, lass mal runtergehen. Aber warte mal. Im Norden liegt das zentrale Treppenhaus mit dem Ausgang und im Westen der Aufzug. Achso, stimmt. Wir müssen erst in den Westen zu den Arbeitsetagen und von dort, glaube ich, konnte man in den Osten zum Lift, der dann runterführte. Entweder das oder ins Treppenhaus, oder? Ja, Treppenhaus ist ja... Ich versuche mal das Treppenhaus, weil... Nee, da bist du draußen. Ach, Hilde, bin ich draußen. Das ist ja Quatsch. Ich kann mal jetzt hier Osten eingeben, obwohl es nicht im Text... Nee, es geht nicht. Ich glaube, wir müssen erst nach Westen. Genau, jetzt sind wir in der 13. Etage und jetzt steht hier, im Osten ist der Schnellaufzug zu den Parkdecks. Das kann man nur von hier machen. Wollen wir das zuerst machen? Ja, gerne. Okay, das Parkdeck liegt drei Etagen unter der Erde. Hier unten ist die Luft schlecht und von den nackten Wänden halt das Tröpfeln von Wasser wieder. In den Lüftungsschächten fängt sich heulend der Herbstwind. Im Osten liegt der Schnellaufzug zu den Büroetagen. Okay, ähm, ja, jetzt, also, schau dich um, oder was? Dann kommt der gleiche Text wahrscheinlich. Ja. Untersuche Parkdeck wird wahrscheinlich auch das gleiche kommen. Weil es ist jetzt hier nichts, was irgendwie so besonderlich hervorgehoben wird, ne? Ich gebe mal ein Untersuche Auto. Okay, die meisten der hier parkenden Wagen kenne ich, denn sie gehören allesamt den leidenden Angestellten bei R und W. Einfache Bedienstete können sich kaum ein eigenes Automobil leisten. Hm, das ist ja merkwürdig, ne? Also ich hätte es schon erwartet. Ne, warte mal, wir wurden in unserem Auto die Klippe runtergestoßen, oder? Ich weiß gar nicht mehr, ob es unser Auto war. Aber gut, dass er jetzt gar nichts sagt, ist merkwürdig. Aber gut, vielleicht verdrängt er eher was, ne? Ich habe die Wände untersucht, da entdeckt er nichts Unerwartetes. Und wenn ich sage, untersuche die Etage, sagt er, von hier aus kann ich zu wenig von der 13. Etage erkennen. Das können wir also gleich nochmal oben ausprobieren. Tja, und die Lüftungsschächte sind auch einfach nur groß und sie befinden sich halt in allen Gebäudeecken. Aber nichts Besonderes merkt man nicht. Ich glaube, das ist, ich behaupte mal, es gibt nur zwei Varianten. Entweder gehst du zum Polizeirevier und machst den Scheißfehler wie wir das letzte Mal. Oder du gehst halt zu der Praktikantin da oder was, Sekretärin. Sekretärin. Und du sagst, hier, Luise, lass jucken und ab zum Flughafen. Lass jucken? Ja, pass auf. Ich will gar nicht wissen, was du damit meinst. Ich auch nicht. Dann lass uns erstmal nach Osten gehen. Genau, nach Osten. Jetzt mache ich nochmal, untersuche Etage, kommt der gleiche, ja, kommt der gleiche Text. So, und jetzt der große Moment, wir gehen nach Süden in unser Büro. Meine Sekretärin hat ein deutlich kleineres Zimmer. Achso, den Text kann man ja schon, ne? Applikatorische Tisch mit Fahnen absprechen. Aber sie ist anscheinend nicht da, ne? Ja, warte mal. Mal gucken, sprich mit. Naja, wahrscheinlich würde er wie sagen, hä, du musst sie hier auf was Besonderes ansprechen. Ne, man kann sie hier nicht sehen. Hm. Hat die schon wieder früher Schluss gemacht. Sie ist ja auch eine der Personen, die... Kann das sein, dass die mit dem Bennet zusammenhängt? Weil sie hat uns ja auch runtergeschickt. Also sie war eine der Personen, die wusste, dass wir zu diesem Zeitpunkt in der Garage sein werden. Simon... Könnte ja auch sein, dass sie eine Komplizin ist. Ich glaube, du... Vor allem ist sie auch auf dem Flugticket drauf. Ich glaube, du bist da auf einer ganz heißen Spur. Naja. Also wirklich. Mein zweiter Name ist ja auch Sherlock. Sherlock? Simon Sherlock. Sherlock, also wie ein geteiltes Schloss. Eine geschorene Locke. Share. Na egal. Also hier finden wir nichts. Wir sollten mal in unser Büro gehen. Vielleicht wird da schon über unsere Nachfolge diskutiert. Im Süden liegt mein Büro. Genau, also Süden. Tja, es ist aber nichts anderes. Haben wir... Also bloß, weil es da steht. Wahrscheinlich haben wir das schon geprüft. Den Tresor hatten wir irgendwie am Anfang schon. Ja, da haben wir doch schon Geld draus. Ah ja, genau. Aber wir können ja nochmal gucken. Öffne. Tresor. Ah ja, genau. Der ist nämlich bereits offen. Hier hat sich nichts getan. Nee. Nee, nee, nee. Hier ist nichts anderes. Okay, gut. Dann haben wir das ja geklärt. Dann würde ich sagen, gehen wir wieder raus. Können wir irgendwen anrufen irgendwie? Nee, macht auch keinen Sinn. Ja, gut, aber wählen, nö. Ja, eben. Also, nö. Ein Weihnachtsmann. Hallo. Ich habe einen Wunsch. Nee, keine Ahnung. Also, ich würde jetzt sagen, wir gehen wieder runter. Okay. Wir könnten natürlich einfach noch... So, ich bin jetzt schon wieder unten in der Lobby. Wir könnten natürlich noch einen Hotdog essen. Weiß nicht, hat er bestimmt Hunger nach all diesem ganzen Stress? Nee. Machen Hotdog. Ich will jetzt einen Hotdog. Echt? Okay. Also, wo muss ich hin? Ich bin jetzt in der Lobby. Ich muss... In der Lobby. Wir müssen zum Ausgang... Warte, da hätte ich mal ein paar Keywords zu highlighten. Ja, ja. So, und wir müssen erst einmal nach Westen. Und dann nach... Was? Nee. Treppenhaus ist im Norden. So. Jetzt bin ich in Madison Square. Oh, jetzt bin ich ganz woanders. Oh nein, ich habe mich verlaufen. Jetzt bin ich wieder auf dem Parkdeck. Hilfe. Dann musst du jetzt erst wieder nach Osten. Genau. Und jetzt... Dann nach Westen. So, jetzt bin ich wieder in der Lobby. Und dann nach Norden. Nach Norden. So. Ich will jetzt einen Hotdog. Wo ist der Hotdog-Stand? Wo ist er? Wo ist er? Ist der weg? Der ist weg. Och, der ist weg. Oh Mann, jetzt hatte ich schon so Lust auf einen Hotdog. Komm, wir holen uns eine Kippe im Tabakladen. Na gut. Nord-West. Tabakladen. Der Laden hat diese Uhrzeit bereits geschlossen. Was ist denn hier los? Wie wollen die Leute denn irgendwie Umsatz machen und ihre Miete bezahlen? Wie spät ist es denn überhaupt? Ähm, das hatte ich mich auch schon bereits gefragt, weil ja die Sekretärin schon nicht mehr da ist. Ähm. Ach Mann, ey. Okay, Nord-Osten. Äh, dann gehen wir zum Hutmacher. Der hat auch geschlossen. Ich glaube, es dreht. Aber es ist ja interessant, dass das jetzt so Entitäten sind. Also, wo man hin kann. Haben wir das am Anfang nicht ausgeschickt? Ich glaube, wir haben das einfach übersehen, ja. Oh, aber hier, guck mal. Äh, es gibt ja noch das Gaslight einfach im Norden. Komm, wir gehen mit. Ah, stimmt. Guck mal. Das ist ein Café. Wie immer am Abend ist das Gaslight voller Männchen. Unterschiedliche Abstammung, äh, unterschiedlichster Abstammung und Hautfarbe. Äh, heute Abend steht ein schmächtiger Künstler mit Gitarre auf der Bühne und gibt den Volksmusik zum Besten. Ne, Volkmusik. Mhm. Der Wirt hat alle Hände voll zu tun, um dem enormen Andrang an der Theke Herr zu werden. Vor der Bühne ist die Hölle los und die Menge johlt und klatscht im Takt der Musik. Im Süden ist der Ausgang. Na dann, ran an den Barkeeper, oder? Wirt, mhm. Sprich, es wird wieder nichts bringen, aber ich mache es trotzdem im Sprich mit. Wirt. Ich erwarte immer so ein Multiple-Choice-Ding irgendwie. Mhm. Okay, ich komme nicht an den Wirt heran. Und dann steht da was Englisches. Ja, wahrscheinlich singen die alle, ne? Ach so, meinst du? Ain't it just like the night to play Twix when you're trying to be so quiet. Wer kennt den Text nicht? Ähm. Ja. Ah, schön. Schöne Musik, ja. Mit Gitarre auf der Bühne. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Also, es sind ja eine Menge Leute da. Wir können jetzt... Ja, also, wir können ja ein bisschen was untersuchen, ne? Also, den Wirt mal angucken. Ja, von dem Wirt sieht man halt einfach nicht viel, weil die Schlange vor der Theke schier endlos ist. Wir können einfach mal einen Blick auf die Leute werfen. Ich habe die Theke untersucht und da steht vor der Theke hat sich eine lange Schlange aus Menschen gebildet, die etwas trinken wollen. Ja, Überraschung. Nicht überraschend, ja. Wenn man die Leute untersucht, dann merkt man hier, dass das Spiel historisch etwas zurückliegt, denn die Spannungen zwischen Weiß und Schwarz sind für einen Abend vergessen, wenn die Menschen gemeinsam Musik hören und Spaß haben. Ja, es spielt ja 1957, dieses Spiel. Genau. Nicht wahr? Da waren die Verhältnisse noch ein bisschen anders. Eher wie beim Schach, ne? Jo, und jetzt? Das hält mir jetzt aber schwer, in diesem Beschreibungstext des Cafés irgendwas Besonderes zu entdecken, das man untersuchen oder mit dem man sprechen kann. Naja, höchstens den Künstler oder die Gitarre oder so. Ja, hier sprich ich mit Künstlern. Künstlern, ne? Nee, nicht mit ihm sprechen. Hallo, der macht gerade Musik. Ja, vielleicht hat er... Du bist auch so einer, der so an der Bühne steht und dann so auf dem Boden klopft, so hallo, hallo, äh, hallo, Autogramm, hallo. Der Künstler auf der Bühne ist für mich, wie auch für jeden anderen hier, unerreichbar. Aber seine Haare stehen wöhren alle Richtungen ab, sein Körperbau ist schmächtig und seine Stimme klingt dünn und kräftig zugleich. In der Hand hält er eine Akustikgitarre, deren einfache Akkorde seinen Gesang eindrucksvoll unterstützen. Seinem Gesang nachzuurteilen, würde ich ihn der aufkeimenden Protestbewegung zuordnen. Kanti-Music-Station, play soft, singt er jetzt gerade. La, 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 kling, kling, klong. Beeindruckend. Kling. Ich glaube, so macht eine Gitarre, oder? Kling, kling, klong. Ja, so ähnlich. Tja. Also ich vermute mal, hier gibt's jetzt noch nix. Ja, ich hätte jetzt gedacht, dass irgendwie dieses Café dazu da ist, um irgendwas zu machen, damit die Zeit weiter schreitet und wir morgens vielleicht wieder in die Läden können, beziehungsweise mit der Sekretärin reden. Aber gut, wir können auch zur Polizei. Ich gebe mal ein Trinkbier. Nö, geht nicht. Bestell was oder Bestellbier oder sowas. Oh ja, stimmt. Bestell. Ansonsten gehen wir halt aufs Klo in der Polizei und bis morgens können wir da halt dableiben und dann können wir nochmal mit dem Taxi hierher fahren. Na gut, dann machen wir das so, dann gehen wir hier raus. Moment, ich bestehre erst ein Getränk. Hast du das gemacht? Ich bin gerade dabei. Ja, er kennt dieses Verb nicht. Genau. Der Wirt kann nichts mit dem Wort Bestell angeben. Was wollen Sie von mir? Haben Sie mich gerade beleidigt? Ich wollte nur ein Bier bestellen. Ja. Ich sehe kein Taxi auf dem Platz. Wahrscheinlich müssen wir jetzt wieder hoch ein Taxi bestellen, oder? Oh nee. Okay, also ganz schnell. Och Mann. Wir müssen Lobby süden. Geht das hier vielleicht schon? Ruf Taxi, vielleicht kann man... Nee, schade. Ich hätte gedacht, man kann hier mit dem Ei aus Gras sprechen. Dann, also Süden, jetzt Westen. Jetzt Süden. Okay, dann Ruf Taxi. Ja. Ich bestelle mir ein Taxi zum Madison Square. Die Dame am anderen Ende der Leitung versichert mir das Taxi seit wenigen Minuten da. Okay. Dann Norden. Westen. 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 Und dann... Genau. Am Straßenrand war da ein Taxi. Steig in Taxi. So, und jetzt sagen wir Sackpolizei. Genau. Sackpolizei. Hoffentlich nehmen die uns nicht wieder fest. Wir könnten ja jetzt mal wieder speichern, aber... Ja, mach mal lieber mal. Okay, ich steig ein. Also, wenn wir jetzt bei der Polizei stehen. Okay, vor der Polizeistation. Ich speichere, ja. Genau, dann mache ich auch. Speichern wir mal schön. Sicher ist sicher, liebe Kinder. Wenn man hier oft speichert, beißt einen der Hund nicht so oft. in den großen C. Das ist ja alte Bauernweisheit. So, und jetzt gehen wir mal rein. Tradition. Dieser Spruch ist schon fast Tradition in Deutschland. Ja. Hört man immer wieder. Warte mal, müssen wir nicht noch irgendwas untersuchen? Ich stehe direkt vor dem Eingang der Polizeistation im Norden. Nähe vom Times Square. Klinkende Reklame, pulsierende Lichter. Okay, irrelevant. Also, Norden hinein, richtig? Ja. Gut. Gehen wir mal rein. Jetzt ist wieder, wie letzte Woche schon beschrieben, da so ein Polizeibeamter, der hat alle Hände voll zu tun. Fast minütlich kaum Anrufe. Er hat kaum Zeit, mich zu beachten. Ach so, genau. Im Süden liegt der Ausgang. Im Osten am Ende eines Korridors erkenne ich ein Toilettenschild. Wollen wir da jetzt... So, da gehen wir jetzt hin. Also, Osten. Sie dürfen nicht einfach hier herumspazieren, Sir. Das ist gegen die Vorschrift. Tut mir leid, sagt der Polizist und vertieft sich wieder in seine Arbeit. Ja, damit hat sich das schon relativ schnell erledigt. Ja, warte mal, warte mal, warte mal. Vielleicht können wir ihm ja was geben, ohne uns vorzustellen. Also, zum Beispiel, ähm, die Spitzhacke. Nee, Quatsch. Aber wir könnten ihm ja vielleicht... Ein Exemplar der New York Times geben. Nee, ich dachte eigentlich an... Kleingeld. Ein weißes Hemd. Ja, genau. Bestechung. Bestechung. Nee, ich hätte an das Schreiben gedacht, aber das macht eigentlich auch keinen Sinn. Also, wenn man dem jetzt die Flugtickets zeigen, da kann er ja auch nichts mit anfangen. Ja, er könnte uns einen schönen Urlaub wünschen. Ja, guten Tag, der Polizist. Ich fahre in den Urlaub. Viel Spaß mit Ihrer Arbeit hier. Das ist aber wirklich schwerer, als ich erwartet hätte jetzt hier am Ende nochmal. Stimmt. Wobei, das ja gerade eine Zusatzfolge ist, ne? Also, wir haben ja eigentlich schon das Spiel beendet. Ja, ja, ja. Ja, darauf bestehe ich. Der Beamte ist ein hagerer Mann mit Hornbrille und einer dicken Knollnase. Haare trägt er nur noch seitlich am Kopf. Dafür stehen sie in Wildwestmanier, wöhr in alle Richtungen. Er trägt eine dunkle Polizeioniform und sitzt am Schreibtisch. Ich überlege halt, ob wir hier noch irgendwas machen können. Weißt du, dass wir irgendwie... Also, die Möbel hier sind grau und funktional. Ja. Ich habe mal ins Inventar geguckt. So viel haben wir nicht, was wir dem anbieten können. Nee, das ist nicht... Also, was Sinn machen würde. Wir können natürlich auch nochmal ins Krankenhaus fahren. Also, ich meine, du wüsst jetzt nicht warum, aber da... Da fahren wir mal mit dem Bus. Das mit dem Taxi wird mir langsam zu teuer. Ja, ich weiß gar nicht. Aber es stimmt wie... Nee, das Taxi... Ich hoffe, dass ich den noch draußen, ne? Nicht, dass wir jetzt wieder zurücklaufen müssen. Oh, stimmt. Warte mal, ist hier irgendwo... Eigentlich müsste er hier... Also... Ja, also hier ist ja nichts los, ne? Wir können wahrscheinlich den Polizeibeamten darum bitten. Telefon. Ja, aber dann nimmt er uns gleich wieder fest. Warte mal, ich tippe mal einfach ein Ruf-Taxi. Mal gucken, was passiert. Ich sehe keinen Fernsprechautomaten. Okay. Okay. Frag Polizeibeamten nach Toxi. Selbstverständlich. Ich lasse ein Taxi für Sie rufen, sagt er. Wenn Sie bitte draußen warten wollen, es muss gleich da sein. Mister, alles kein Problem. Oder, warte mal, können wir... Warte mal, ich frage den Polizeibeamten mal nach Bennet. Nach Paul Bennet? Was haben wir denen denn letztes Mal erzählt? Ich glaube, wir haben den... Guck mal hier. Ach, ne. Hä? Paul Bennet? Guter Gott, was sagen Sie da? In einem Sekundenbruch, da zieht er seine Pistole aus dem Hals und richtet sie auf mich. Damit hast du ultimativ meine Frage gerade beantwortet. Aber das ist doch doof. Ich habe ihn ja nur gefragt, weißt du? So wie, entschuldigen Sie, haben Sie was von dem Typ gehört? Aber wir sehen ja nicht aus wie Paul Bennet. Wir sind es ja nicht. Und dann ist das doch eine ganz normale Frage. So wie eben, ja, hier, Jack the Ripper, was ist mit dem eigentlich gewesen? Da sagt er der Pistole, was? Jack the Ripper? Ich nehme Sie fest. Weil Sie müssen ja offensichtlich Jack the Ripper sein, weil Sie ja nach ihm fragen. Ja, das ist ein bisschen komisch. Das gebe ich zu. Das ist doch merkwürdig. So, auf jeden Fall. Aber dann können wir hier nochmal kurz Resümee passieren. In der Zeitung steht, renommierte Anwalt mit dreifachen Mörder verwechselt. Das ist ja eine Sache, die ich immer noch nicht verstehe. Also offensichtlich ist das ja aufgeklärt worden. Warum ist das Spiel dann vorbei? Ich weiß es nicht. So, aber und jetzt gucke ich hier nochmal rein. Nachwort hattest du ja eingegeben, ne? So, und da steht... Ja, aber da stand nicht so sonderlich... Doch, und da steht... Ich will es nur nochmal kurz vorlesen. Offensichtlich ist es gefährlich, mit Paul Bende verwechselt zu werden. Es gibt einen Raum, in dem du mehr Informationen über bestimmte Personen im Spiel sammeln kannst. Ach, da stand das. Vielleicht, vielleicht ist dieser Raum auch gemeint mit, ähm, mit einem Aktenschrank zum Beispiel. Ich wollte das gerade sagen. In so einem Anwaltsbüro müsste man doch irgendwo... Ja, die, die, die... Komm, da fahren wir nochmal hin. Hier, die, die, das Mädel. Hier, wie heißt sie? Sekretärin. Ja, na, die ist ja nicht da, aber wir können ja trotzdem in die Aktenschränke gucken. Ja, ja, aber wir können ja in die Aktenschränke gucken. Die hat ja bestimmt Aktenschränke hörbar. Oh, und jetzt können wir vielleicht auch nochmal in den Aktenvernichter gucken. Vielleicht hat die ja irgendwie die Reservierungsbestätigung oder sowas für diese Tickets da irgendwie klein gehäckselt und so, weißt du? Und dann können wir da nochmal reingucken oder sowas. Also ich habe jetzt nochmal geladen, äh, wir sind vor der Polizeistation. Ich gucke mal, ob hier jetzt das Taxi ist. Oder ob wir nochmal rein müssen. Ne, okay. Dann muss ich jetzt mal ganz kurz in die Polizeistation gehen. Ich bin schon in Madison Square. Du, Jungen. So, dann jetzt. Süden? Frag Beamten nach Taxi. Süden? Ich bin im Büro der Sekretärin. Ja, jetzt... Warte nochmal. Tatsächlich, hier steht ein Aktenvernichter, was du im Kopf hast, sag mal. Du Fuchs. Ja, mal gucken. Wir hatten da ja in der ersten Folge schon reingelunzt. Okay, soll ich schon mal, soll ich schon mal? Ich bin so aufgeregt. Ne, ne, ja. Ne, ich warte auf das Video. Ne, guck schon mal rein. Okay, also ich untersuche den Aktenschrank, ja. Also U-Schränke. In diesen grauen Schränken sind die abgeschlossenen Akten archiviert. Okay, öffne. Aktenschrank. Ja. Ich öffne die Schränke und finde Aktendachen. Ja, okay, und jetzt? Schöner Spruch. U- Nach. Moment. In einem Karteisystem kann ich Stichworte nachschlagen, um Informationen zu einem bestimmten Fall zu verärgeln. Karteisystem. Such nach Bennett. Nach Paul Bennett. So etwas? Okay. Such nach Bennett im Karteisystem, oder was? Im Karteisystem. Ah ja, zu diesem Stichwort gibt es keine Akte in unserem Archiv. Wie? Hm. Hä? Was hast du eingegeben? Äh, dass er nach Bennett suchen soll. Schlag nach, oder was? Schlag. Ich gebe mal einen Schlag nach. Ah genau, worin soll ich nachschlagen? Ah, Moment mal, ich habe Bennett mit Doppel-T und nicht mit Doppel-N geschrieben. Warte mal. Schlag in Kartei. Ne, such nach Punkt, 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 Punkt im Karteisystem. Reicht auch. Ja, gut, aber Bennett mit Doppel-N findet er auch nichts. So habe ich das jetzt richtig geschrieben? Bennett mit Doppel-N, ne? Ja, und einem T. Ich glaube schon, ja, genau. Paul Bennett. Paul Bennett. Okay, Stichwort, ich gebe mal einen Leichen oder sowas oder Mörder, weißt du das so? Irgendwie sowas? Ne, irgendwie, das geht nicht, aber da machen wir irgendwas falsch. Wie heißen wir? Nightfield, ne? Ja, na gut, wir werden dafür, wo wir uns keine Akte haben. Naja, wieso nicht? Du musst ja irgendwie zumindest mal erwähnt werden als, weiß ich nicht, eingeschalteter Anwalt oder sowas. Gibt es keine Akte? Okay, während du jetzt guckst, gucke ich mal in die Hilfe, ob da was steht zu dem, zu diesem gewissen Ding. Ein Taxi ist hier sehr hilfreich. Telefone, öffne, behälte, schau, hinter Dinge. Hinter Dinge haben sie nochmal erwähnt hier. Verschlossene Sachen können aufgesperrt werden. Okay, frag oder erzähl, ist klar. Schlagthemen. Ah, ja genau, und dann steht hier, Begriffen oder Schlagthemen in Archiven nach. Also da ist Schlag und nach groß geschrieben. Das heißt, das müssen wir wahrscheinlich machen. Also nicht Such, sondern Schlag. Schlag nach. Ne, wahrscheinlich Schlag Bennett nach. Worin soll ich nachschlagen? Worin soll ich nachschlagen? Schlag in Parteisystem nach Bennett. Ne, das geht nicht. Nach Paul Bennett. Ich schreibe mal Paul Bennett in Anführungsstrichen. Vielleicht geht das dann. Ne, hä? Hallo. Mordfall. Ja, da ist ja überhaupt nichts in diesem Karteisystem. Oder ist das in unserem, äh, in unserem, unserem Raum oder was? Oder wie, oder was? Ne, 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 das ist schon hier. Du kannst uns auch einfach nach sagen, such im Karteisystem nach. Punkt, Punkt, Punkt. Hier, wie heißen die, ähm, wie heißen die, das Mädel? Hier, die Sekretärin. Sag nochmal. Ja, da müssen wir nochmal das Schreiben lesen. Ja, schreiben. Die wird da ja wirklich nicht mehr in der Akte haben. Lies schreiben. Elisabeth Perkins. Okay, also. Schlag. Warte. Im, nach. Perkins, nach, in. Aha. Hä? Hast du was? Nichts passiert. Aber auch nicht schlecht, oder? Mann. Was mache ich jetzt? Okay, ich gehe jetzt nochmal in unseren Raum. Naja, vielleicht sind diese Schredder, oder wir untersuchen nochmal den Aktenvernichter. Vielleicht hat sich das alles schon reingeschnibbelt. Man verzeiht mir. Jeglich, ne, genau, ist alles geschreddert. So, jetzt öfter Aktenvernichter, so, ähm, okay, da sind nur Papierschnipsel drin. Schau unter Aktenvernichter. Ich finde, die sind das interessantes, okay. Das kann doch nicht sein. Nach, was soll man denn sonst noch suchen in diesem Karteisystem? Nach diesem, wen haben wir da verteidigt? Ähm, Glad, stimmt, Gladman. Gladman. Gladfield, genau. Ha, so, Freunde, ich suche die Akte Harvey Gladman heraus. Der Fall hat mich das letzte halbe Jahr beschäftigt. Mr. Gladmans Frau, Verzeihung, Mr. Gladmans Frau wurde ermordet. Die Aufmerksamkeit der Ermittler fiel auf Gladman, weil er ein starkes Tatmotiv hatte. Eifersucht, äh, Eifersucht, denn seine Frau hatte eine Affäre. Am Ende wurde Mr. Gladman aber freigesprochen. Das Original dieser Akte befindet sich bei der Polizei. Ah. Warte mal. Gut, das ist unbefriedigend. Aber immerhin haben wir jetzt schon mal festgestellt, dass es irgendwie kein, kein Fehler ist, dass es nicht ging. Aber Perkins gibt's eben nicht. Und dass es Ken Bennett gibt, finde ich auch sehr komisch. Sehr, sehr komisch. Ich lese nochmal die Times. Was steht dann da nochmal drin? Achso, ja, okay. Da steht, okay, mal gucken. Genau, da steht noch was mit Gladman drin. Dann halt die Anwaltskanzlei R&W. Die Ehefrau von dem Gladman hieß Heather, aber das bringt uns auch nichts weiter. Nehme ich mal an. Also wir können natürlich nochmal Heather nachschlagen. Habe ich schon, gibt's nicht. Okay. Was können wir noch nachschlagen? Eigentlich ist das alles, ne? Ey, dass es Bennett nicht gibt, finde ich komisch. Na gut, okay, es macht ja natürlich Sinn, weil wenn wir diesen Fall, beziehungsweise, ja, warte mal, aber der Hinweis ist ja, lass mal überlegen. Es stand ja da, dass die Originalakte bei der Polizei ist. Und das bedeutet, dass es dort noch mehr geben muss. Und vielleicht müssen wir zur Polizei und dort irgendwie die Akten untersuchen. Also, dass wir dort irgendwie über den Bennett was rausfinden müssen. Und wir müssen das irgendwie uns dann halt, ja, weiß ich nicht, also irgendwie nicht vorbeischleichen. Das Einzige, was uns ja scheinbar als Bennett ausweist, ist sprichwörtlich unser Ausweis. Ja. Wie wäre es denn, wenn wir den einfach in den Mülleimer werfen? Der da unten steht. Oder? Ich meine... Wirf, Ausweis, in, Müll. Ne, in, Akten. Ne, na, ja, oder das sogar, ja. Das wäre vielleicht sogar noch sinnvoller. Ne, aber ich dachte jetzt tatsächlich, also die Idee hatte ich jetzt, weil ich an den Mülleimer unten, der so einsam... Ach so, ja. Also, soziale Müllimer. Ja. Du erinnerst dich. Okay, gut. Ja, warum nicht? Aber hier, wirf Ausweis in Aktenvernichter. Das geht nicht. Der Ausweis passt nicht in Aktenvernichter. Was? Das ist also ein Riesenausweis anscheinend. Der ist wahrscheinlich so groß, deswegen erschießen uns die Polizisten auch immer gleich, weil dieser Ausweis einfach so, so, weiß ich nicht, eine Postergröße hat und deswegen sieht man den halt immer. Hm, das ist natürlich sinnvoll, ja. Ja. Ähm, tatsächlich, wir haben nichts Sinnvolles in unserem Inventar. Man kann den Ausweis aber auch wegwerfen, ne? Ich hab, also wenn du eingibst, wirf Ausweis weg, dann sagt der, okay. Echt? Ich nehm den jetzt mal wieder. Ja, ich würde den aber trotzdem schön in die Mülltonne werfen, da wissen wir, wo wir ihn wiederfinden. Okay. Na gut, ähm, ich würde aber gerne nochmal mich umschauen und in, äh, unser, äh, im Süden liegt mein Büro und im Norden... Hatten wir noch irgendwas Sinnvolles in unserem Büro? So, ne, 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 nix hier, außer der Fanspräch. Aber dass der Aktenvernichter so, so wenig bringt, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, weil der ist so hervorgehoben. Ja, aber weil es macht ja jetzt auch nicht so viel Sinn. Ja, wieso nicht, Mann, das ist 1957, ey, du kriegst heute noch Aktenvernichter, die kannst du mit einem Dreijährigen zusammen wieder stückeln und du weißt, was da vernichtet wird. Ja, oder wir... Da wären die ja wohl damals, weiß ich nicht, der Aktenvernichter hat wahrscheinlich... Akten? Aber was sollte sie denn vernichten? Ja, irgendwas, was wir gerade aufdecken wollen. Ja, komm, wir gehen jetzt, ja, wir gehen jetzt mal, warte mal, was wir noch machen können, ich untersuche mal den Fernsprechapparat, ach nee, das, also was mich interessieren würde ist, ob wir bei der Vermittlung zum Beispiel nachfragen können, wen unsere Sekretärin das letzte Mal angerufen hat, oder so. Okay, ja, dann ruf... Weiß ich nicht. Ruf Vermittlung an. Ich muss erst wissen, wen oder wen ich anrufen will, okay. Pass auf, ruf Sekretärin an. Die Vermittlung sagt mir, der Anschluss sei belegt. Okay, gut, ich wollte sie jetzt zu Hause anrufen, Mann. Ja, ruf Sekretärin zu Hause an. Ach so. Nee, Quatsch. Geht nicht, ne? Gut, dann würde ich sagen, gehen wir runter und probieren das mit dem Mülleimer. Oder wollen wir den Ausweis... Ey, hallo, wir können den Ausweis doch einfach in unseren Safe legen. Wozu haben wir denn so einen coolen Tresor? Na, okay, leg mal den Safe. Okay, leg Ausweis in... In Tresor. Tresor. So, und dann schließt Tresor. Ne? Ich hoffe, wir finden die, äh, die Dings wieder. So. Okay, während wir hier schon mal so ein bisschen rumgucken, gucke ich mal ganz unauffällig in das Spieleverzeichnis, ob hier... Ah ja, okay, es gibt, äh, ein, eine Lösung. Also nur, damit wir versichert sind, wir können das Spiel wahrscheinlich beenden, wenn wir hier gar nicht mehr weiterkommen. So. Okay, was machen wir jetzt? Wir gehen noch mal zur Polizei und gucken, ob wir dort weiterkommen, oder? Ja, ja. Also erstmal ruf Taxi. So, genau, Taxi ist gerufen. Und jetzt gehen wir, äh, runter und hier... So, und jetzt sind wir wieder draußen und hier steht ein Auto. Moment, Moment, Moment. Du hast mich verloren. Schlafen können wir auch nicht. Wir könnten natürlich mal sowas, äh, machen wie, äh, zu Hause eingehen beim Taxi oder so, weißt du? Also, hm, nein, das haben wir uns nach Hause, weil vielleicht müssen wir einfach mal schlafen und dann, äh, dann, dann ist der nächste Tag irgendwie hier und dann können wir wieder zum Beispiel zum Hut machen. Sag, zu Hause, Straße oder Marke... Hm, okay. Zu Hause kennt er nicht, ne? Hm. Ja. Ah, gut. Wir wissen ja auch nicht, wo wir wohnen. Sag, Polizei, damit wir diesen Gedankenstrang mal ab... Genau, und ansonsten können wir noch mal ins Krankenhaus fahren. So, eure Polizei ist Franklin Street. Gut, steig ein, flog, und dann sind wir da. Hier ist übrigens eine blinkende Reklame. Ich untersuch die mal. Überall blitzt und blinkt es, Leuchtreklame, wohin das Auge blickt. Die großen Schriftzüge wetteifern um die Gunst des Betrachters. Na gut, gehen wir mal in die Polizei rein. Okay. Äh, nach Norden, ne? Mhm. Okay, dann, ähm, ich probiere es aber mal wieder, obwohl es... Aber, äh, speichern, speichern, speichern. Haben wir bisher so viel gemacht? Sicher, ist sicher. Ich speichere es nochmal, so. Na gut. Hm. Toilettenschild. Ich meine, wir sind ja auch Anwalt, weißt du? Wir müssten eigentlich da sagen können, hallo, wir sind Star-Anwalt. Wir haben Mr. Gladman rausgeholt. Da kann ich ja mal wo hier aufs Klo gehen. Pass auf. Frag Polizeibeamte nach Klo. Selbstverständlich dürfen Sie kurz unsere Toilette benutzen. Sie finden sie am Ende des Korridors. Ha! Sehr gut. Du bist ein Fuchs, ey. Man muss halt nur mal freundlich sein und mit den Leuten reden und dann geht das auch. Korridor. Im Westen liegt der Wartebereich. Im Osten befindet sich die Tür zu den Toiletten und im Norden befindet sich eine graue Tür mit einem Schild. Und da suche ein Schild. Auf dem Schild steht Archiv. Aha! Na, jetzt wird hier ein... Wegen Ende der Folge wird es dann tatsächlich nochmal spannend. Okay. Na dann, auf nach Norden, ne? Oder wollen wir erst ins Klo? Ich bin eben schon drin. Der Raum ist voller grauer Schränke. Grelles Neonlicht kommt von langen Röhren an der Decke. Im Süden geht es zurück zum Korridor. Okay, und jetzt? Schlag. Ne, untersuche Schränke erstmal. Die grauen Schränke sehen ähnlich aus wie die in Elizabeths Büro. Genau, so und jetzt Schlag Bennett nach in Archiv. Ich habe Wichtigeres zu tun. Ich habe Wichtigeres zu tun. Sag mal, geht's noch? Ich glaube, es hackt. Ich glaube, ich drehe durch. So, ich öffne jetzt mal die Schränke und untersuche die Akten, die da drin sind. Ah ja, okay. Und jetzt kommt wieder der Hinweis. Ja, hier, Karteisystem. So, und jetzt Schlag Bennett nach in Karteisystem mache ich jetzt. Karteisystem. Ach, guck mal, jetzt. Jetzt wird es interessant. Was? Schlag Bennett. Also, du musst erstmal die Schränke öffnen und die Akten untersuchen und so. Und dann gibt er auch den Hinweis, dass du jetzt bitte das Karteisystem benutzen darfst. Und dann kannst du wiederum eingeben, Schlag Bennett nach in Karteisystem. Und dann kommt folgender Text. Und ich spoilere jetzt schon mal, wir haben fünf Punkte bekommen. Jetzt wird es interessant. Schnell finde ich die Akte des Mannes, für den ich in New York presbyterium gehalten worden bin. Paul Bennett wird wegen Mordverdacht gesucht. Vor zwei Monaten sind in der Nähe der Morris Avenue drei Mädchen verschwunden. Ein Anwohner hatte ausgesagt, dass die Kinder den Spielplatz zusammen mit einem Mann verlassen haben und Stein und Bein geschworen, dass dieser Mann Paul Bennett aus der Nachbarschaft gewesen sei, dessen Vorstrafenregister ganze drei Seiten füllt. Paul Bennett's Apartment wurde gründlich durchsucht und vier Wochen lang Tag und Nacht observiert. Es gab keinerlei Sporen, weder von den Mädchen noch von Paul. Die Fahndung blieb bislang erfolglos. Und jetzt haben wir fünf Punkte bekommen. Nicht schlecht, wa? So, pass auf. So mal nach Gladman. Kriegen wir auch noch einen Punkt. Ich suche die Akte Gladman heraus. Die Akte entspricht fast exakt dem Exemplar im Büro. Aha, fast exakt. Jedoch befindet sich im Original auch der vollständige Obduktionsbericht und die polizeilichen Recherchen sind ausführlicher dokumentiert. Harvey Gladmans Frau wurde vor ihrem Haus niedergeschossen. Rätsel gaben die am Tatort gefundenen Munitionshülsen auf, die zu keiner bekannten Waffengartung passen. Harvey Gladman hatte durchaus ein starkes Tatmotiv. Eifersucht. Denn es ist bekannt, dass seine Frau eine Affäre hatte. Letztlich wurde Harvey freigesprochen, denn die Tatwaffe wurde nie gefunden. Nun ja, das ist gewissermaßen auch mein Verdienst. Du hast gerade einen Punkt bekommen. Nicht schlecht. Damit sind wir jetzt bei wie viel so? Wir hatten 15, glaube ich, oder? Ja, 15 Staus. Also hatten wir jetzt die Hälfte der 50 Punkte vielleicht so grob. Guck mal, ich habe selbst einen winzigen, unbedeutenden Eintrag. Eine Jugendsünde, die nicht der Rede wert. Nochmal ganz kurz was nach... Wenn es anders wäre, nach mir selbst. Wenn es anders wäre, hätte ich auch gar keine Berechtigung, als Anwalt zu arbeiten. Oh, und jetzt gucken wir mal nach, was mit Perkins los ist. Genau. Schon wieder ein Punkt. Noch ein Punkt. Erstaunlicherweise finde ich tatsächlich einen Eintrag für Elizabeth. Sie war vor fünf Jahren in einem groß angelegten Versicherungsbetrug involviert, wurde aber aus Mangel an Beweisen freigesprochen, während der Geschäftsführer ihrer Firma zu zehn Jahren Haft verurteilt worden war. Das hatte ich bislang nicht gewusst und ich verwette meinen Allerwertesten, dass die Personalabteilung von R&W davon auch nichts weiß. Haben wir noch jemanden, den wir hier überprüfen können? Nee, ne? Ich will jetzt hier Leute unter uns suchen. Aber den Hotdog-Verkäufer, der hat doch bestimmt Dreck am Stecken. Der Mülleimer. Oder der Typ, der Hausmeister oder so. Der Mülleimer, Simon. Der Mülleimer. Der Mülleimer. Genau. Nee, also... Cool. Aber das ist doch schön. An der Stelle würde ich aber fast nochmal auf nächste Folge verweisen. Ja. Weil sonst wird das, glaube ich, ein bisschen zu lang heute. Genau. Und es wird ja jetzt nochmal richtig spannend hier. Also, ich kann mich vor Thrill kaum noch auf dem Stuhl halten. Ist ja fantastisch. Na dann. Also, dann würde ich sagen, dann hauen wir gleich noch in die Tasten, spielen die nächste Folge und dann... Boah, ist ja spannend. Und dann gibt's nächste Folge bestimmt das Ende und dann reden wir noch ganz viel drüber und trinken einen Kakao und das wird super. Mhm. Ja, deine Begeisterung ist Stürme. Ich kann mich nicht einkriegen. Und du ja auch nicht. Also... Nee, das ist einfach pure Begeisterung. Das schlägt bei mir ins Gegenteil um. Mhm. Also. Mhm. Ich war nicht. Und damit, mit diesen weisen Worten, verweisen wir auf das Ende dieser Folge und wünschen euch einen schönen Tag. Oder eine schöne Nacht. Oder einen schönen Abend. Oder einen schönen Morgen. Oder einen schönen Nachmittag. Oder... Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.